Herzlich Willkommen in der Musikschule Wienerwald-Mitte. Zu unserem Musikschulverband gehören die Gemeinden Burkersdorf, Gablitz und Mauerbach. Wir sind hier am Standort in Burkersdorf, im Bildungszentrum in der Schwarzhubergasse. Normalerweise haben wir im Frühjahr immer unseren Tag der offenen Tür, wo es hier sehr turbulent zugeht, weil in jedem Raum Instrumente ausprobiert werden. In diesem Jahr ist alles anders. Wir freuen uns sehr, dass wir Wiener in der Musikschule mit sehr klarem Abstands- und Hygienemaßnahmen unterrichten können. Aber ein Tag der offenen Tür ist so natürlich nicht so gut. Darum werde ich euch heute gerne zeigen, was ihr bei uns alles lernen könnt. Ihr seht hier sehr viele verschiedene Instrumente. Hier haben wir die Familie der Streichinstrumente. Die Violine, die Viola, das Cello und den Kontrabass. Ein Instrument steht dort, das ein bisschen ähnlich aussieht, aber nicht gestrichen, sondern gezupft wird. Die Gitarre. Bei den Blasinstrumenten gibt es hier mal die Holzblasinstrumente. Dazu gehören die Blockflöten, die Querflöte, die Klarinette, das Saxophon, die Oboe und das Verdott. Ja, auch das kann man bei uns lernen. Und hier sind die Blechblasinstrumente. Wir haben Trompete, Posaune, Horn, Baritonen. Und jetzt schauen wir einmal in dieses Zimmer. Da stehen zwei Klaviere. Ein Flügel, das große, und ein Pianino. Wir sind bei den Tasteninstrumenten. Bei uns kann man aber nicht nur Klavier, sondern auch Orgel, Cembalo und Akkordeon lernen. Im Keller haben wir zwei toll ausgestattete Räume für die Popularmusik. Da kann man E-Gitarre, Schlagzeug, E-Bass und Jazzklavier lernen. Auch im Untergeschoss ist der Bewegungsraum. Dort findet am Montag und am Dienstag immer der Tanzunterricht statt. Ballett, Modern Dance, unsere Inklusiv-Tanzgruppe. Unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler starten ab circa zwei Jahren in den Kleingruppen des Elementar-Musizierens. Da kann man sogar die Eltern. Worauf wir uns ganz besonders freuen, ist, dass wir auch wieder Konzerte haben werden. Denn das haben wir alle so stark vermisst, dass wir endlich wieder miteinander musizieren können und es dann auch einem Publikum vorspielen dürfen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, zu hören, wie diese Instrumente klingen, dann geht doch auf unsere Homepage www.msv-wienerwald-mitte.at und hört und schaut euch Videos unserer Schülerinnen und Schüler unter Music Goes On and On and On and On an. Die wurden alle in diesem Frühjahr aufgenommen und so kann man sich ein richtig schönes Konzert zusammenstellen. Und wenn ihr wissen wollt, wie alle diese Instrumente miteinander klingen, dann schaut doch kurz auf unserer Homepage auf die Filme unseres Orchesters. Mein Kollege Daniel Valencia zeigt euch in einem weiteren Film unseren Standort in Mauerbach. Und auf der Homepage findet ihr überhaupt viele Informationen. Ihr könnt uns gerne anrufen, Mails schreiben und so weiter. Wir freuen uns, von euch zu hören.